Herzlich willkommen zu Moderis Gartentipp, natürlich hier vom wunderschönen Schliersee. Lieben Sie Obst? Prima. Haben Sie Obst zu Hause? Sie bauen kein Obst an. Warum nicht? Wir bauen doch gar keinen Garten. Das geht auf Balkonien genauso. Frische Heidelbeeren zum Beispiel in der Schale großgezogen, herrlich vom Geschmack her. Und man sieht es nicht nur blühen, sondern auch wachsen. Und sie schmecken hundertmal besser. Aber nicht nur Heidelbeeren. Es gibt Äpfel, es gibt Zwetschgen, alles schon in Säulenform. Das müssen Sie nur entdecken. Wo Sie es entdecken? Natürlich hier beim Gartenzauber vom 1. bis zum 3. Juni am herrlichen Schliersee. Übrigens, es gibt auch was zu gewinnen. Für Sie natürlich an herrlichen Pflanzen, an Erfahrung. Aber unsere Landschaftsgärtner, die wollen das gewinnen. Die goldene Kanne vom Schliersee. Das ist ein Wettkampf. Und wer ist die Jury? Sie. Also kommen Sie zum Gartenzauber vom 1. bis zum 3. Juni hier an den Schliersee. Und wir werden gemeinsam Naschecken bauen. Für den Garten, aber auch für den Balkon. Ich freue mich auf Sie.